2023 massiver Anstieg der Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten bis zu 35.647,50 Euro anrechnungsfrei dazuverdienen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten es ja schon im alten Jahr 2022 in vielen Beiträgen und auch in einigen Videos angekündigt, dass sich die Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten im Jahr 2023 deutlich erhöhen werden. Und unsere Berechnungsbeispiele aus dem Jahr 2022 bezogen sich immer noch auf die alte Bezugsgröße im Jahr 2022. Und da hat sich ja einiges geändert. Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung steigt die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro im Jahr 2022 auf 17.823,75 Euro. Und zwar wird das wie folgt gerechnet. Wir gehen von drei Achte der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße aus. Das heißt also 14 mal 3.395 Euro macht 47.530 Euro und davon drei Achtel macht genau 17.823,75 Euro aus. Damit beträgt ab dem 1. Januar 2023 die Hinzuverdienstgrenze bei voller EM-Rente sage und schreibe 17.823,75 Euro. Das ist der Jahreshinzuverdienst, den Sie im Jahr 2023 bei einer vollen EM-Rente anrechnungsfrei dazuverdienen dürfen. Und gegenüber 6.300 Euro steigt diese Hinzuverdienstgrenze um 11.523,75 Euro. Ich finde kein schlechter neuer Hinzuverdienst gegenüber der alten Regelung im Jahr 2022. Wer mehr als die 17.823,75 Euro bei einer vollen EM-Rente dazuverdient im Jahr 2023, muss sich nur noch den Mehrverdienst über diesen Betrag zu 40% an die Rente anrechnen lassen. Es gibt keinen Hinzuverdienstdeckel mehr, der ist ersatzlos weggefallen. Das merken Sie sich bitte. Bei der Rente wegen teilweise Erwerbsminderung sieht die Sache noch viel besser aus. Ab dem 01.01. gelten bei Renten wegen teilweise Erwerbsminderung auch neue Hinzuverdienstgrenzen. Die neue, da gibt es eine sogenannte Mindest-Hinzuverdienstgrenze für alle Bezieher einer teilweise Erwerbsminderungsrente, die ist für alle gleich. Und zwar beträgt diese 6 Achtel der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße, macht 35.647,50 Euro aus. Das heißt also, die Hinzuverdienstgrenze bei teilweise EM-Rente beträgt ab dem 01.01.2023 mindestens 35.647,50 Euro. Die alte Mindest-Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2022 lag bei 15.989,40 Euro. Die neue Hinzuverdienstgrenze übersteigt diese Grenze um sage und schreibe 19.658,10 Euro. Ich sage, ein ordentlicher Ja, ein gewaltiger Sprung nach oben. Ich finde schon ganz ordentliche Steigerungen der Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten, aber Sie sollten bitte aufpassen. Halten Sie sich je nach Art Ihrer bewilligten EM-Rente an die gesetzlichen Stundenvorgaben, sonst kann die EM-Rente auch im Einzelfall ganz schnell weg sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.